Was versteht man eigentlich unter Limited Edition? Im Grunde genommen ist es ganz einfach. Limited bedeutet, dass ein Produkt nur in streng limitierter Anzahl verfügbar ist. Das heißt, wenn die letzte Powderdose ausverkauft ist, wird es diese Farbe nie mehr geben. Bei über 70.000 Kunden bekommen wir täglich so viele Farbwünsche und wir geben unser Bestes, so viele Farben wie möglich in unserem Farbsortiment mit aufzunehmen. Leider ist es für uns als Startup noch nicht möglich, unser Sortiment so schnell und in dieser Breite zu erweitern. Trotzdem möchten wir euch aber eine Vielzahl an Farben bieten und genau deshalb haben wir die Limited Edition ins Leben gerufen. Diese Farben sind wirklich, wirklich hochexklusiv, es wird sie nie wieder geben und ihre Anzahl ist streng limitiert. Also verpasse nicht diese exklusiven Farben, nutze deine Chance, nur solange unser Vorrat reicht. Denn ihre Stückzahl ist ste-da-da.